Frühling in Baden-Württemberg, auch wenn es mit der Sonne heute noch nicht so ganz hingehauen hat. Immerhin hat aber in Nordbaden bereits die Spargel-Ernte begonnen, dank wärmeren Klimas und geheizter Böden. Auf unsere Nachfrage in Tettnang am Bodensee, wie es dort ausschaut, heißt es seitens der Spargelbauer, wenn das Wetter jetzt ab Donnerstag wirklich wärmer wird und genau das wird mein Kollege Kai Zorn am Ende dieser Sendung erzählen, dann könnte es so in etwa zwei bis drei Wochen mit dem Spargel auch im Süden soweit sein. Das habe ich Ihnen hoffentlich den Mund wässrig gemacht und ich hoffe, das gelingt uns auch für die heutige Sendung mit diesen Themen. Großbaustelle Isni, Biber sorgen für Überflutungsärger im Allgäu. Außerdem Großbaustelle Ulm, der Einzelhandel befürchtet Einbußen durch die Baustelle am Bahnhof. Eigentlich gehört die Region Bodensee-Oberschwaben zu den sichersten im Land und trotzdem steigt die Kriminalitätsrate seit 2013 kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen traurigen Höhepunkt an Gewaltverbrechen. Man spricht sogar von einem mörderischen Sommer. Selten haben so viele Kriminalfälle die Staatsanwaltschaft Ravensburg beschäftigt wie im vergangenen Jahr. Die Zahl der Gewaltverbrechen stieg von 16 auf 28. Dazu zählen vor allem Mord und Totschlag. Allein fünf Menschen sind im Kreis Ravensburg innerhalb drei Wochen getötet worden. Pressesprecher Karl-Josef Diehl spricht von einem mörderischen Sommer. Es war eine ungewöhnliche Häufung von Kapitaldelikten, die wir im Jahr 2016 innerhalb von 20 Tagen zu verzeichnen hatten. Im Juni und Juli letzten Jahres. Da waren ja diese drei Tötungsdelikte, der Kopfschuss in Weingarten, der Dreifachmord in Untereschach und dann letztendlich noch der vorgetäuschte Suizid in Bergweiler, die sehr arbeitsintensiv waren und die uns in dieser Zeit sehr beschäftigt haben. Die meisten Delikte werden von Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren begangen. Eine Ausnahme war ein 82-Jähriger, der seine 91-jährige Geliebte in Bad Wurzach durch einen gezielten Nackenschuss umbringen wollte. Insgesamt stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren um 600. Obwohl die Kriminalitätsrate im Raum Bodensee-Oberschwaben seit 2013 wieder kontinuierlich steigt, müssen die Menschen in der Region keine Angst haben, meint Behördenleiter Alexander Boger. Es zählt sicher zu einer der sichersten Regionen im ganzen Bundesgebiet. Ich habe es vorher ausgeführt, Baden-Württemberg ist eines der sichersten Bundesländer. Württemberg hat eine geringere Kriminalitätsziffer als Baden. Und je weiter es Richtung Süden geht, umso sicherer. Ein Problem bereitet der Staatsanwaltschaft aber die Raum- und Personalnot. Immerhin wurden für dieses Jahr zwei neue Staatsanwälte bewilligt. Wann die alten und beengten Räume an der Seestraße saniert und erweitert werden können, steht hingegen noch nicht fest. Verkehrspolizisten in Baden-Württemberg sollen künftig wieder schneller zu Unfallorten kommen. Grünen-Innen-Experte Uli Skerl geht davon aus, dass der Lenkungsausschuss zur Überprüfung der Polizeireform einen Vorschlag unterbreiten wird. Demnach könnten die Verkehrspolizeidirektionen auf dem Land aufgelöst und die Unfallermittler dezentral bei den Revieren angesiedelt werden. Skerl sagte, es gebe anhaltende Kritik daran, dass seit der Polizeireform vor drei Jahren manche Verkehrspolizeidirektionen zu weite Wege zu Unfallorten hätten. Der Lenkungsausschuss, den das Innenministerium eingesetzt hatte, soll am Dienstag in Stuttgart das letzte Mal tagen und seine Empfehlungen bis Ende März an Innenminister Strobl übergeben. Zweiter Verhandlungstag verläuft ruhig. Im Steinewerferprozess am Ellbanger Landgericht ist heute zum zweiten Mal verhandelt worden. Es sind unter anderem Polizeibeamte, die in der Unfallnacht im Einsatz waren, gehört worden. Der Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag den bei dem Unfall verletzten Familienvater verbal bedroht. Am heutigen Sitzungstag hat es keine Zwischenfälle dieser Art gegeben. Der Mann muss sich außerdem wegen illegalen Waffenbesitzes verantworten, da die Polizei mehrere Schusswaffen bei ihm zu Hause sicherstellen konnte. Ob Beamte der Justizvollzugsanstalt Ravensburg vor mehr als zehn Jahren CDs mit Recht zur Musik an Gefangene verteilt haben, das hatte am Montag ein Zeuge vor dem NSU-Ausschuss des Stuttgarter Landtags behauptet. Das Justizministerium und die Staatsanwaltschaft prüfen die Vorwürfe. Bislang gäbe es aber keine Anhaltspunkte für solche Vorfälle. Der damalige Leiter der JVA Ravensburg, Alexander Boger, ist überrascht. Der jetzige Leiter der Staatsanwaltschaft Ravensburg habe die Protokolle aus dem NSU-Ausschuss angefordert und werde entscheiden, ob seine Behörde strafrechtliche Ermittlungen gegen Justizvollzugsbeamte einleite. Unter Umständen könnte das eine andere Stelle übernehmen, wenn er wegen seiner damaligen Leitungsfunktion als Befangen gelten sollte. Porsche SE im Plus. Die Finanzholding ist wieder zurück in der Gewinnzone. Für 2016 verzeichnete die PSE eigenen Angaben nach ein Gesamtergebnis von fast 1,4 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatte der VW-Abgasskandal noch Verluste von über 300 Millionen verursacht. Auch hinsichtlich der Zukunft äußerte sich Holding-Chef Dieter Pötzsch heute in Stuttgart. Die Holding soll weiter in Familienhand bleiben. Damit bezog er sich auf Ferdinand Piech's Pläne, seine milliardenschweren Anteile an der VW-Dachgesellschaft verkaufen zu wollen. Überflutungsärger im Raum ISNI im Allgäu. Warum Biber nicht nur putzig sind, und das gibt es gleich hier bei uns im Journal BW. Wertvolle Zutaten. Wertvolle Gerichte. Wertvolle Gäste. Feuerlein kocht wertvoll. Jeden Sonntag um 18.30 Uhr. Nur auf RegelTV. Im Kabel und auf Satellit. Starten Sie mit Blickfang Bodensee ins Wochenende. Jeden Freitag um 20.30 Uhr stellen wir Ihnen die Highlights aus unserer Region vor. Wir zeigen Ihnen die besten Freizeittipps und die schönsten Ausflugsziele. Seien Sie dabei. Immer freitags um 20.30 Uhr. Wir sehen uns. Guten Tag, ich bin Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Wussten Sie, dass fast jedes fünfte Schulkind übergewichtig ist? Dass Sie im Allgäu glutenfreien Urlaub machen können? Oder dass wir krank werden können, wenn wir eine griechische Landschildkröte streicheln? Wir haben mit Schulmedizinern und Naturheilern über Homöopathie gesprochen, herausgefunden, wie lange Sie auf den Rettungsdienst warten müssen und nachgefragt, warum Impfen für uns so wichtig ist. Lesen Sie die Gesundheitsserie von Leib und Seele in Ihrer Schwäbischen Zeitung und auf schwäbische.de. An den Anblick von Großbaustellen ist man in Stuttgart inzwischen leidlich gewöhnt. Vor allem rund um Bahnhof und Schlossgarten wird die Erde für das Großprojekt Stuttgart 21 kräftig umgegraben. Auch an der Oberfläche hat das natürlich Auswirkungen und die könnten in nächster Zeit noch gravierender werden. In einem Rundumschlag hat die Bahn weitere Baumaßnahmen für Stuttgart 21 in den nächsten beiden Jahren angekündigt. Dabei immer wieder im Blick das Kernerviertel. Während hier jetzt schon unterirdisch für den Verkehr der Zukunft gebohrt wird, leidet oben auch künftig der Verkehr der Gegenwart, vor allem bei der Stadtbahn. Wichtige Verbindungen wie die U4 rund um die Staatsgalerie bleiben weiter unterbrochen, mindestens noch bis zum Jahresende. Gearbeitet wird laut Plan bis Oktober. Dann kann die Stadtbahn wieder die Gleise reinlegen und die Betriebstechnik und dann werden wir wohl Ende des Jahres wieder Richtung Charlottenplatz mit dem Stadtbahnfahrzeug fahren können. Freie Fahrt also danach durchs Kernerviertel? Nicht ganz. Es ist so, dass wir Ende des Jahres einfach diese bisherige Unterbrechung wieder aufheben wollen und dann die Unterbrechung Richtung Hauptbahnhof wieder vornehmen müssen, weil da gehen die weiteren Abschnitte weiter. Pendlern zum Hauptbahnhof empfiehlt die Bahn dann den Fußweg durch den Schlossgarten. Aber auch hier wird gearbeitet, weshalb einige Wege im Laufe des Jahres verlegt werden sollen. Betroffen sind aber nicht nur Pendler. Auch auf die Anwohner kommt etwas zu. Solche Messgeräte, nämlich sogenannte Schlauchwagen. Einmal in den Häusern installiert, sollen sie kleinste Hebungen und Senkungen registrieren. Zur Erinnerung, ein paar Meter tiefer wird am Fildertunnel gebohrt. Senkt sich dadurch ein Haus ab, will die Bahn ab sofort handeln können. Wir pressen unter hohem Druck an einer ganz bestimmten Stelle unter den Häusern, unter den Fundamenten, dort wo es notwendig ist, eine Zement-Wassersuspension in den Untergrund. Dazu ist ein genaues Auslesen der Daten nötig. Was das angeht, müssen die Hausbesitzer auf die Bahn vertrauen. Denn Zugriff auf die Messergebnisse hat nur sie. Diese Daten zur Verfügung zu stellen, das wäre sicherlich nicht sinnvoll, weil der normale Mensch mit den Daten wenig anfangen kann. Die Bewohner der etwa 20 betroffenen Häuser wissen übrigens noch nicht, was auf sie zukommt. Die Bahn will aber an sie herantreten. Eine erste Infoveranstaltung ist für heute Abend geplant. Wir bleiben noch kurz auf der Schiene. Ab Ende 2018 soll in Baden-Württemberg ein landesweit gültiges Ticket für den öffentlichen Nahverkehr der Verbünde eingeführt werden. Dieses wird dann unter dem Motto Ein Land, eine Fahrt, ein Ticket für alle Fahrten mit der Bahn sowie Bussen und Stadtbahnen gelten. Bislang ist das Baden-Württemberg-Ticket nur auf den Zugverkehr beschränkt. Die Initiative zu dem neuen Ticket geht von der Landesregierung aus. Sie verspricht sich davon eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und damit zu weiteren Nachrichten aus der Metropolregion und da geht es jetzt zuerst in den Wald. Eichen für den Frühlingswald. Pünktlich zum heutigen Tag des Waldes können 154 junge Stieleichen in Urbach im Rems-Mur-Kreis neue Wurzeln schlagen. Die Auszubildenden der Forst BW und dem Weiblinger Motorsägenhersteller Stiel pflanzten die Jungbäume heute. Hintergrund der Aktion? Bei der Timbersports Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen 154 Baumpaten gewinnen. Deren Bäume dürfen nun im Urbacher Frühlingswald wachsen. Schulsport im Wasser. Sechs Schulmannschaften aus Esslingen und Stuttgart haben heute um den Wasserball Regio Cup gespielt. Angetreten sind im Stuttgarter Leo Vetterbad knapp 60 Schüler aus der vierten und fünften Klasse. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Schwimmverband Württemberg und das heute bereits zum vierten Mal. Ziel des Regio Cups ist laut Verband Kindern den Spaß am Wasser zu vermitteln. Die Bauarbeiten für das Projekt Stuttgart 21 befinden sich in Ulm in bester Gesellschaft. Auch hier hat sich das Gelände rund um den Bahnhof in eine einzige Großbaustelle verwandelt. Und seit dieser Woche muss sich der Autoverkehr auch noch mit zwei statt vier Spuren begnügen. Und das für die kommenden drei Jahre. Das Verkehrschaos ist zwar fürs erste ausgeblieben, aber die Parksituation, die ist angespannt. Und das wiederum hat Auswirkungen auf den Einzelhandel. Der Bereich um den Ulmer Hauptbahnhof ist jetzt endgültig zur Großbaustelle geworden. Und seit dieser Woche heißt es für den Verkehr vor dem Bahnhof drei Jahre zweispurig. Was klingt wie ein hartes Urteil, ist tatsächlich entspannt über die Bühne gegangen. Das große Chaos ist ausgeblieben. Und obwohl der Besuch in der Innenstadt durch die Baustellen für Fußgänger und Autofahrer umständlicher geworden ist, lassen sich die meisten nicht vom Einkaufen abhalten. Am Bahnhof, wenn man mit dem Zug reinkommt, ist es etwas chaotisch. Aber ja, ich sage so, jetzt hier am Shopping-Ding stört es mich. Kaum. Wenn ich zum Einkaufen nach Ulm gehe, gehe ich in bestimmte Geschäfte. Stört mich nicht. Ich finde es einfach nicht schön. Aber ich meine, da entsteht ja was Neues, entsteht was Gutes. Es stört ein wenig, aber man kommt her. Man findet sich zurecht. Das haben sie prima gemacht. Also die Ausschüttelung ist hervorragend. Das ist ein Eindruck, den auch das Ulmer City-Marketing teilt. Ideal seien die Baustellen natürlich nicht. Laut City-Manager Henning Krone haben die Bauarbeiten allerdings bisher keine großen Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Innenstadt gehabt. Ja, natürlich gibt es teilweise Frequenzverluste. Aber es funktioniert alles ganz gut. Ulm ist erreichbar. Die Samstage sind weiterhin stark. Natürlich spielt das Wetter auch immer ein bisschen eine Rolle. Man muss das jetzt weiter beobachten, was weiterhin passiert. Wir treffen dort auch geeignete Maßnahmen, was das Thema Baustellen-Marketing betrifft, mit den Shopping-Stellen. Wir machen jetzt immer eine Flyer-Verteil-Aktion und und und. Also es passiert auch immer weiter was für die Kunden. Es ist durch die Baustellen zwar unbequemer geworden, erreichbar ist die Innenstadt aber nach wie vor. So zumindest der Eindruck des City-Marketings. Und Henning Krone vermutet, dass aus einem vermeintlichen Nachteil auch ein Vorteil werden kann. Es wird in Zukunft Besichtigungen der einzelnen Baustellen geben, um auch hier zu erklären, was wird denn hier überhaupt gemacht. Und ich glaube, so ein 21 Meter tiefes Loch im Bereich des Bahnhofs, wo die neue Garage entsteht, wird auch ganz spannend sein, sich anzuschauen. Wichtig sei es auch, an die Zeit nach den Baustellen zu denken. Denn auch wenn die aktuelle Situation schmerzt, geht Henning Krone davon aus, dass die fertiggestellten Sedelhöfe und die zusätzlichen Parkplätze das wieder wettmachen werden. Die Baustellen rund um den Ulmer Bahnhof bleiben uns also noch für drei Jahre erhalten. Tja, und was sonst noch in Ulm und um Ulm herum los war, das haben wir für Sie kurz und kompakt zusammengefasst. Brandursachen stehen noch nicht fest. Zweimal hat es gestern im Landkreis Neu-Ulm gebrannt. Am Nachmittag hat die Feuerwehr einen Brand in einer Tiefgarage in Senden bekämpft, bei dem 30 Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mit einer Wärmebildkamera konnten sie das Feuer in der stark verrauchten Anlage bekämpfen. Die Schadenssumme soll bei über 100.000 Euro liegen. Genauso hoch schätzt die Polizei den Schaden bei einem Feuer gestern Abend in Neu-Ulm. Dort brannte der Verkaufsraum einer Autowerkstatt. Auch hier ist die Brandursache bislang unklar. Universität richtet Testfeld ein. An einer Kreuzung in Ulm richten die Universität Ulm und ihre Partner Bosch, Nokia und TomTom in den kommenden Wochen ein Testfeld für autonomes Fahren ein. Laternenmasten an der Straßenkreuzung, die noch bestimmt wird, werden mit speziellen Sensoren ausgestattet, die das Auto auslesen kann. Kameras, Radars entsuchen und ein besonders schnelles Internet sollen bei der Verarbeitung eine Rolle spielen. Drei Jahre lang soll das Projekt dauern, das vom Bundeswirtschaftsministerium mit 650.000 Euro gefördert wird. Juristen räumen Hochhaus. Die Staatsanwaltschaft Ulm räumt ihre in die Jahre gekommenen Gebäude an der Olgastraße. Anfang April kümmert sich eine Spezialfirma um den Umzug tausender Akten, die in den Kellern der beiden Gebäude lagern. Das neue Domizil der Staatsanwaltschaft liegt nur wenige Meter entfernt. Bis am 8. Mai muss der Umzug erfolgt sein, danach beginnt der Abriss. Was dann die Lücke füllen wird und ob weitere Justizgebäude neu gebaut werden, ist noch nicht bekannt. Bei Bibern denken die meisten Leute zuerst an einen putzigen kleinen Zeitgenossen mit großen, cooler Augen. Es gibt aber auch andere, bei denen der Nager nicht ganz so beliebt ist, weil er durch seine Bau- bzw. Baumarbeiten zum Teil nicht unerhebliche Schäden anrichtet, wie unser Bericht aus Isni im Allgäu zeigt. Der Biber galt bis vor kurzem als ausgestorben. Seit 1999 haben sich im Bereich Taufach-Fetzach-Moos sowie an den Urseen im Isnier Stadtteil Beuren mehrere Familien niedergelassen und sorgen somit durch ihre Anwesenheit für gewaltigen Ärger. Landschaftspfleger Rudolf Dilger verzeichnet mittlerweile große Biber-Schäden. Also wir haben das große Problem hier im Taufach-Fetzach-Moos, dass der Biber im Auslaufkanal sitzt und dort Dämme baut. Und das hat zur Folge, dass der Wasserstand im Taufach-Fetzach-Moos um circa 50 Zentimeter ansteigt. Wie Sie hier sicher auch auf den Bildern sehen, ist die ganze Fläche überflutet. Angenagte und umgefallene Bäume sind hier keine Seltenheit. Des Weiteren sorgen die Nagetiere hier durch ihre ganz eigenen Bautätigkeiten von Dämmen regelmäßig für Überflutungen, die nicht ganz zu unterschätzen sind. Selbst ein Wanderweg wurde dabei nicht verschont. Ein Umstand, den wohl nur noch die Kröte im Gebiet freuen dürfte. Dadurch haben wir auch eine Ausnahmegenehmigung von der Unternaturschutzbehörde bekommen, dass wir die Dämme reißen dürfen. Das ist natürlich problematisch. In diesem Zeitraum sind wir wirklich zwischen drei und fünf Mal in der Woche beschäftigt, die Dämme zu reißen. Wir machen sie am Abend auf und am nächsten Morgen sind sie wieder zu. Auch leidet die Natur massiv unter den unbeliebten Moorbewohnern. Zu viel Nässe lässt viele Pflanzen verschwinden. Eine Tatsache, die sich auch auf die Insektenwelt auswirkt, da diese hier keine Nahrung mehr findet. Die Wangener Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung, nachdem auf einem Waldweg zwischen Wolffatz und Siegmanns im Kreis Ravensburg Nagelfallen ausgelegt worden waren. Zwar handelt es sich laut Polizei um einen Weg, der für Mountainbiker verboten ist, aber der wird trotzdem gerne von ihnen benutzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizei in Wangen melden unter 07522 9840. Dickes Minus. Einen Verlust von 900.000 Euro wird der Bad Wurzacher Kurbetrieb 2017 wohl machen. Das sieht der Haushaltsplan so vor. Die Verluste trägt vor allem die Stadt, die ein Darlehen gibt und ihre Einlage erhöht. Um die Verlustzone zu verlassen, soll der Kurbetrieb in den kommenden Jahren neu ausgerichtet werden. Einzelheiten wurden noch nicht bekannt. Grundsätzlich setzt man in Bad Wurzach aber weiter auf sein Alleinstellungsmerkmal, das Naturheilmittel Moor. Familie verkauft Hotel. Die Inhaberfamilie Nusser will sich vom Hotel Adler in Pullendorf im Landkreis Sigmaringen trennen. Im Internet bietet sie die Immobilie zum Verkauf an. Zum Hotel gehören 24 Zimmer, mehrere Suiten und zwei Wohnungen. Hinzu kommen das Hotelrestaurant und der Felsenkeller, ein Restaurant in einem Gewölbekeller aus dem Mittelalter. Dass die Inhaber das Haus verkaufen wollen, liegt unter anderem daran, dass in Pullendorf bis 2018 ein neues Hotel entstehen soll. Kurze Pause im Journal BW und dann geht es weiter mit der Volleyballerin Kim Renkema. Die musste nämlich von Schmerzen geplagt ihre Karriere beenden, bleibt aber Allianz MTV Stuttgart trotzdem erhalten. Wie genau das aussieht, das erfahren Sie gleich bei uns. Hallo Leben, das neue Magazin für Gesundheit und Lifestyle mit Katharina Günthert. Ob Barfußlaufen, modernste OP-Technik oder Lachen als Medizin, erfahren Sie das Neueste aus der Welt der Gesundheit. mit spannenden Geschichten hautnah dabei. Starten Sie durch, wir liefern Tipps und Ideen. Von Selbstverteidigung bis zu Mami-Fitness und von Naturkosmetik bis zu Lidstraffung. Sehen Sie, was Sie für Ihre innere und äußere Schönheit tun können. Gesund leben, glücklich leben. Hallo Leben, seien Sie dabei. Jeden Dienstag 20.30 Uhr bei Regio TV. Ami, guck mal, du glaubst es nicht? Regio TV hat es endlich auch geschafft. Ab sofort finden Sie unsere Programmübersicht unter www.tvspielfilm.de und in der App. Dazu einfach Regio TV Bodensee in der Senderliste auswählen und einschalten. Das weiss ich endlich auch, wenn der Feuerlein kommt. Jetzt informieren, wann Ihre Lieblingssendung läuft. Zu jeder vollen Stunde einsteigen, sich wohlfühlen und nur 50 Minuten später entspannt und voller Eindrücke direkt im Zentrum ankommen. Der Katamaran. Die geniale Verbindung zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Wir sind zurück im Journal BW. Kim Renkema beendet mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen ihre sportliche Karriere. Diese Nachricht war für Stuttgarts Volleyballfans ein echter Schock. Aber die Identifikationsfigur von Allianz MTV Stuttgart lässt sich nicht unterkriegen und blickt nach dem plötzlichen Karriereende schon wieder positiv in die Zukunft. Meine Krankheit hat lange gedauert und dann immer wieder kleine Verletzungen. Und am Donnerstag habe ich so arge Rückenschmerzen gekriegt, dass ich mich eigentlich noch kaum bewegen konnte. Ich habe einen MRT angefragt und da kam dann erneut eine Verletzung raus. Und das ist ein Zeigen auch eigentlich, dass mein Körper dieses Jahr chronisch überbelastet ist. Und ja gut, dann wusste ich eigentlich, das war's. Kurz vor Beginn der Playoffs machte Kim Renkemas Körper einfach nicht mehr mit. Ständige Schmerzen, sinkende Leistungsfähigkeit und verzweifelte Formsuche, das waren Renkemas tägliche Begleiter in dieser Saison. Im Herbst war bei der Kapitänin von Allianz MTV Stuttgart pfeifersches Drüsenfieber diagnostiziert worden. Und um bleibende gesundheitliche Schäden zu verhindern, zog Renkema jetzt zusammen mit den Ärzten und dem Verein einen Schlussstrich unter ihre Profikarriere. Mir geht's gut. Klar, ich bin traurig, dass meine Karriere so enden musste und vor allem jetzt ist der Zeitpunkt. Das ist natürlich immer schade, wenn eine Spielerin so früh ausfällt. Meine Gesundheit ist wichtiger, aber klar tut es jetzt aber noch ein bisschen weh. Ihr berühmter Kampfgeist, ihre Siegermentalität und ihre Führungsqualitäten, all das muss ab jetzt auf anderen Schultern verteilt werden. Genau diese Charaktereigenschaften will die Kapitänin aber auch in ihrer neuen Position im Verein einbringen. Denn die Sympathieträgerin wechselt vom Spielfeld an den Spielfeldrand ins Vereinsmanagement. Es ist für mich natürlich unglaublich interessant, auch in diesem Leben zu bleiben, in diesem Sport, den ich so liebe. Und ja, es ist eine neue Aufgabe, es ist eine neue Funktion bei uns. Und ja, vor allem werde ich natürlich für die Sportseite verantwortlich sein. Und ja, es wird spannend, eine Herausforderung. Ihre positive Energie und ihr Lächeln hat Kim Renkema also nicht verloren. Dafür sollen die Schmerzen bald Geschichte sein, dank eines gezielten Reha-Programmers. Denn auch ihre neue Aufgabe will die Sportdirektorin Kim Renkema so angehen wie die Spielerin Kim Renkema mit voller Energie. Was das Wetter angeht, da wird uns gleich mein Kollege Kai Zorn verraten, dass wir nur noch einen Tag ausharren müssen und dann können wir endlich die Grills aus der Garage bzw. aus dem Keller holen. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Die Strömung wird sich jetzt um 180 Grad drehen, wir kriegen eine komplett andere Wetterlage. Und damit kommen wir aus dem feucht, milden und trüben März raus, hin zu einem deutlich freundlicheren mittelfristig. Allerdings auch mit trockenerer Luft und kühlem Wind. Grund dafür ist ein Hoch, das liegt noch über Deutschland, wird in den kommenden Tagen aber nach Norden wandern. Der Mittwoch hat die Reste von Tiefalk. Vor allen Dingen in Württemberg regnet es noch, die Regenfälle lassen langsam nach und später am Tage lockern die Wolken mehr und mehr auf. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 14 Grad. Unter den dichten Wolken mit Regen bleibt es eine ganze Ecke kühler. Die kommenden Tage werden dann freundlicher. Es wechseln sich viel Sonnenschein und lockere Wolken ab. Die Temperaturen steigen zunächst an auf 17, 18 Grad. Ab Sonntag gehen die Werte vorübergehend ein bisschen zurück und auch die Nächte werden frisch mit Bodenfrostgefahr. Aber der Frühling kommt jetzt so richtig. Also nur noch einen Tag ausharren bis zu den Frühlingsgefühlen und diesen einen Tag, den kriegen wir auch noch rum. Das war das Journal BW am Dienstag. Den Rest der Woche begrüßt sich hier meine Kollegin Marion Geile. Und wenn Sie möchten, sehen wir uns am kommenden Montag wieder. Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.